Schönen guten Abend von den Scharpüsener Höhen Einer meiner Lieblingsorte hier am Niederrhein für den Sonnenuntergang Das heute was wird, ich bin skeptisch, denn am Horizont ist so ein dichtes Wolkenband Und ob die Sonne nochmal durchkommt, wir werden sehen Deswegen nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, mich zu bedanken Der mittlerweile hat der Kanal so um die 500 Abonnenten Der Großteil in diesem Jahr Und es freut mich sehr, auch die ganzen wirklich netten Kommentare Finde ich super, vielen Dank dafür Ich hatte den Kanal ja vorher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt Nur alle paar Monate kamen mal was Neues Jetzt habe ich wirklich mal ein kontinuierlich 40 Wochen lang jeden Sonntag ein Video veröffentlicht Und jetzt über den Weihnachtstag habe ich mir überlegt, dass ich da mal ein bisschen Pause mache Um mal wieder neue Ideen zu sammeln Das heißt, es wird nicht gar nichts passieren, aber halt nicht mehr jede Woche ein Video Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm und bleibt mir trotzdem treu Und schreibt mir vielleicht auch mal in die Kommentare oder per Instagram Was für Videos ich so zu küftige machen soll Weiter solche Outdoor Vlogs oder Tutorials oder irgendwas anderes Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr Tschüss Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020